hallo meine freunde und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal lol er wählt einfach mein outfit aus alles klar und wir spielen diesmal eine folge ja wie sagt man so schön verstecken mit bei mir im team ist janina hallo und der jägers leider leider steve von daher machen wir uns nichts draus der kriegt uns eh nicht und ihr seht es heute mit kleiner facecam klein und fein damit man so ein bisschen live reaction sieht aktiviert man noch mal die taschenlampe einfach durch das zielen einfach quasi recht aber du hast eine taschenlampe die ganze zeit aktiviert oder sobald ich ziehe halt ich kann auch schon irgendwie komisch ist das richtig dass ich die map habe ja gut hast du sie auch oder was ja wir werden doch nicht darauf angezeigt oder ich hab doch fast gehört ich bin ein klein hallo bin ich da aus dir ich bin ein klein Ach, so viel Fleisch habe ich jetzt auch gemacht. Ach, das reicht doch gerade so viel. Was sind denn für die erste? Kann ich sagen. Ich bin 5, hallo. Ok, man kann das. Wer ist denn? Ich merke mir die Stelle. Was? Nein, ich kann mich nicht tun. Ich kann nichts hören. Scheiße. Ja, ich bin wieder, Kürz. Ey, du könntest auch mit der Taschenlante schlagen. Als ob du jetzt schon wieder... Ja, doch, das geht. Du könntest mich mit der Taschenlante erschlagen. Als ob du schon wieder Jäger bist. Ja, weil ich euch umgebracht habe. Toll. Ich lauf dir einfach mal hinterher. Ja, 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 ja. Hör mal, das schreckt. Was? Jetzt hab ich... Ist halt so. Janina, bitte töte mich nicht. Ich will auch nochmal Jäger sein. Ja, dann wird's noch länger. Obwohl, ja, lass ich mal Schlitzer sein. Ja. Schließlich hab ich die Folge. Wenn ich... Wenn du, wenn du, ähm... Äh... Auch wenn ich Steve eh nie finden würde. Wenn du, wenn du ihn zuerst findest, dann... Weil sonst wird's echt gemein. Weil da kann er ja nicht zeigen... Dann kann er ja nicht mal uns jagen. Also hier diese Ecke, die ist so dunkel, da kann man... Hey, da gewinnen wir beide! Wenn wir dann gewinnen. Wirst? Ja. Wirst. Ja, im Prinzip, wenn wir jetzt einmal gewinnen... ...muss ein Team gewinnen. Denn das Team, was dann gewinnt... Ähm... Hat verloren! Nein! Doch, das Team, was dann gewinnt... Au! Sie ist... Boah... Tot! Ich sitze hier irgendwo frech... ...so dass man mich nicht finden kann. Ach! Naja, wobei Janina findet mich das... Wo bist du denn? Du kannst mich nicht suchen. In der Bluchwanne. Äh... In der Nähe von der Bluchwanne. Shhhhhhhhhh! Ich bin durch die Klappe! Oh Mann, jetzt darf ich mir nur was in der Steckse. Ja, da kannst du nicht hin. Weiße. Da, wo die weißen Arbeitskleidung ist. Oh, Steve! Sie soll dich ja eh einmal von dich töten lassen. Lass mich doch auch mal schlitzern. Achso, ich muss dich doch töten. Stimmt. Ja. Kann man da durch? Was? Er kann klettern?! Oder hast du dich jetzt grad da hochgepackt? Nein! Nein! Ah! Okay, Leute! Ja, genau! Ja, bitte! Wenn der Schlitzer jetzt so aufmerksam ist, dann zieht der dich nicht. Ja, genau! Ist aber eigentlich keine dumme Idee. Hallo! Erschlag sie! Ja, nicht schießen! Ich leuchte voll auf den Hintern! Ich leuchte voll auf den Hintern! Wo ziehst du hin? Na! Bei der ersten Begegnung ist es erstmal an der Stelle! Bei der ersten Begegnung ist es erstmal an der Stelle! Bei der ersten Begegnung ist es erstmal an der Stelle! In real life! So! Steve, ich hör dich laufen! Ich bin mir nicht so sicher! Nein! Danke, wir haben jetzt gewonnen auch so! Ja gut, Freunde! Leider hat die Gaming Crew verloren! Und die, äh, äh, Tornado-Siefmannschaft hat gewonnen! Tornado-Siefmannschaft, genau! Also, das war ein tragisches Ende! Tschö! Tschö!